Welches Wappen gehört zum Bundesland Berlin? Eins, zwei, drei, vier. Welches ist ein Bezirk von Berlin? Altona, Prignitz, Pankow, mecklenburgische Seenplatte. Pankow Für wie viele Jahre wird das Landesparlament in Berlin gewählt? Drei, vier, fünf, sechs, fünf. Ab welchem Alter darf man in Berlin bei Kommunalwahlen Wahl der Bezirksverordnetenversammlung wählen? Vierzehn, Sechzehn, Achtzehn, Zwanzig. Sechzehn Welche Farben hat die Landesflagge von Berlin? Blau, Weiß, Rot Weiß, Rot Grün, Weiß, Rot Schwarz, Gold Weiß, Rot Wo können Sie sich in Berlin über politische Themen informieren? Bei den Kirchen Beim Ordnungsamt der Gemeinde Bei der Verbraucherzentrale Bei der Landeszentrale für politische Bildung Welches Bundesland ist ein Stadtstaat? Berlin Saarland Brandenburg Hessen Berlin Berlin Welches Bundesland ist Berlin? Berlin Zwei Drei Vier 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 Wie nennt man den Regierungschef, die Regierungschefin des Stadtstaates Berlin Ministerpräsident Ministerpräsident Ministerpräsidentin Oberbürgermeister Oberbürgermeisterin Präsident Präsidentin des Senats Regierender Bürgermeister Regierende Bürgermeisterin Regierende Bürgermeister Regierende Bürgermeisterin Welchen Senator Welche Senatoren hat Berlin nicht? Finanzsenator Finanzsenatorin Innensenator Innensenatorin Senator, Senatorin für Außenbeziehungen Justizsenator, Justizsenatorin Senator, Senatorin für Außenbeziehungen Untertitelung des ZDF, 2020